Servus, Simon Furzer TV. Heute, nach dem Halbfinale Sieg gegen Turs Magabi, das war auch ein Bobby. Bei mir, Thomas, der Siegtorschützen und Brüder mit dem Führungsverfahren. Erstmal Glückwunsch, wie schwer Radarspiele? Ja, ich würde sagen, sehr, sehr schwer. Also, Thomas hat es sehr gut gemacht für mich. Der Mann ist jemand verfreundlich. Und wir hatten echt die Fälle. Grüne, dich schwanger gehabt, den es wohl macht. Wie zufrieden bist du mit der Leistung von dir und mit der Mannschaft? Ja, wir haben versucht, wieder anzukurbeln, haben alles nach vorne geworfen am Ende und immer Gas gegeben. Wie gesagt, Toren, Vorlade und weiter. Wir kommen in der 9 zu 4, ganz dreckig. Besser geht es nicht. Ich hätte einfach nur zwei Monate Gas geben und dann wollen wir auch durch den Finale. Also, wer ist euer Wunschgegner? Preußen, Staaten? Ja, das ist egal, glaube ich. Wenn man es nachher bringen muss, ist man beigeschlagen. Frau Borte, die verbringt ihr jetzt den Abend, die nachmittags den Sieg? Also, ich werde es abends noch in Deutschland, England im Stadion angucken, was mir mein Vater zu Weihnachten geschenkt. Sehr schön. Sehr schön. Willkommen im Video. Vielen Dank. Damit bedanken wir uns und wir wünschen euch einen ganz schönen Osterfest. Super Spiel, danke für den Sieg. Eines will ich noch sagen. Olli, du siehst super schön aus. Du bist der Schönste. Du bist der Schönste. Du bist der Schönste. Ja, du bist der Schönste. Du bist der Popper im Teil. Geht mal?